Sagt eure Oma Bescheid, selbst die wird hier entertaint von mir. Ich glaube, ich hoffe es auch. Ich glaube nicht. Ich kann streamen, ja, cool. Ja, okay, komm, oder willst du streamen, Digger? 3, 2, 1. Cut. Schreib mal, schreib mal, es geht gleich essen. Noch 10 Minuten. Oh mein Gott, ich bin auch... Digger, Ehre. Endlich funktioniert diese Scheiße. Vorram, Alter. Noch 10 Minuten. Ton aus. Ton aus. Das war... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist es nicht, sondern der Akku, der da. Jungs, wenn ihr mit mir spielt, Digga, Ansgar, du konntest im Stream ein Best-Off schneiden. Digga, ich kann nicht, ich, ja, mein Belichtungskraft und fliege, ich muss nicht, warte, live, ihr nehmt, ihr nehmt Taschenlampe von Handy, als Beleuchtung, ballert, oder ich, hier, Belichtung ballert jetzt, Digga, wohin die hin? Ich hab' ihm so gut schaden gemacht, ne? Ich weiß, dafür war ich ja da. Geht mal, Medikles! Nee, ich brauch' selber. Ach, halt's Maul. Junge, ich hab' 67 HP mit Spray. Ja, das soll ich mal nicht so an, als ich hab' 67. Ja! Da kommt Gegner, es kommt Gegner. Ja, da hinten auch. Da, ah, lol. Nee, ach so. Da, Leute, ich dachte, das wäre jetzt grade ein Gegner. Ah! Nein, ich bin nur noch. Hilf es, hilf es, hilf es! Ich werde attackiert. Oh nein, die haben mir schon Schütze in die Hose gefallen. Ah, Gott. Linus, bist du scheiße? Linus, Linus. Warst du sonst noch in deiner Hose? Warst du sonst noch in deiner Hose? Nichts. Nichts. Ich seh' da jetzt noch ne alte Socke, ne Hose. In deiner Hose, ich nehm' deine Hose bespaßt, Alter. Ich mach' mehr. Warte mal. Hallo, Leute! Wir kommen weg! Ich zum Atem her! Watsch! 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 Tötet, Jungs! Tötet! 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 Genau! Noah, das ist die Einstellung! Tötet! Das ist die Einstellung bei einem 12-jährigen Sch... Alter, ich spiele ab 12. Wer ist hinten? Hei aus! Wer tut! Huuuuh! Das war's Kopf, ne! Ich hab' ne goldene Skars, die macht ratatata! Der Hurensohn! Ja! Tötet ihn für mich! Ja, genau! Hier! Dein Arschloch, Alter! Ich geb' ihm den Loot, Alter! Oh! Hahaha! Jeder, er hat uns auch geschnipet, ne? So hättest du alle Hoffnung auf Noah! Noah, Digga! Es geht um Leben und Tod! Es geht um fucking Leben und Tod! Ja! Das ganze Schmack am Farm, Alter! Hol am besten meine Karte, weil ich bin der Skiller hier im Team! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Eben tot! 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, Eben tot! Da ist meine Karte! Da ist meine Karte! Hebe sie auf, hebe sie auf, bitte! Please! Please! Geh zum Bus, geht zum Bus! Wo ist der überhaupt? Auf der anderen Seite! Egal! Lauf durch, Junge! Da ist er hinter dir! Ah! Ich hole ihn! Gut, weil ich war immer wenn das Wasser in der Geräte gewarnt. Ich gebe dir selbst zu, dass ich scheiss bin. Guckt euch meinen schönen Mittelscheidler an Alter! Gustl. ja ist ja danke liebes was du das anspricht und lass mal abo damit glocke aktiv bitte wir gehen auf natürlich auf die insel von linus wusste wo ist die insel und nein doch wo ist denn ja ja okay kommen alle rein jungs ja ich fand eure püro zu und anders geilen dankeschön hauptsache ja ach was ich kann mich ja auch mit der hier direkt die pump gegönnt ja ist so ist es geht noch nicht los ist so man wollte beruhigt sich mal jetzt sind wir in einer gruppe meine verfügte fresse alter ja wir wissen die ist hässlich ja ich bin nicht der schwarze beigetreten ist ja genau ich schieße ihn sowas von auf 1 hp runter wie kommt er mit runter wie zu kämpfen bis zu einer schule bis zu einer schule saulina es richtig schwitzer modus merken dass die spiel schweig ins mic tropft alter hat sie das habe ich brauche nicht zuerst mit absolut scheiße fort wie sich doch mal zu klein als h zurück die alter durch gar nicht anstrengen wir wissen alle dass ich der bau ich bin der bau geht hier Loll Ah, Loll Cool Halt Jungs, wie geht es euch? Super! Aber jetzt, als ich dich gehört habe, nicht mehr Ja, das ist doch... Ey! Wer verklappt hier meine Taktik? Rester Digger Hä, Problem mit mir oder was? Wer bist du überhaupt? Elias Der ist bei Niklas Graf zu Besuch anscheinend oder hat sein Account Bei wem, hä? Welchen Mutlack du da? Hallo! Vorteil ist ein nettes Game Ich will hier keine Kraftausdrücke Und keine Schiffe holen Moin! Ui! 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 Leicht abgestoppt Ui! Ui! Ich bin ein Schlüsselmodus Ui! 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 Ich habe, ich habe zu Niemann Ich habe nur zu Linus gesagt nicht Louis Bruder berücksichtigt Nein, ich bin erschüttert Nein! Ui! Ja, ein Fallschirm öffnet sich. Kappa. Das ist ein Flatfotzer. Ha ha ha. 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 Die Sonne lacht. Hi. Das ist doch unfair. Zuhause der Hedgehammer, weil er lacht. Ha! Call! Call! What the fuck? 200 Headshot. So ein Ding ist das. Was? Ansgar, bist du immer so leise? Ich rede grad nicht, weil ich dich grad töte. Du Fui. Ja, der Manns. Ja, Ansgar. Jetzt bist du aber... Junge, ihr seid einfach so schlecht. Ich seid einfach so schlecht für mich. Digga, Ansgar wird totflüssig. Digga, ihr seid einfach einfach so schlecht für mich. Guck mal. Ich nehm euch jetzt so hoch. Guck mal. Bam! Okay, das war jetzt nichts. Hä? Ich schwör! Also der Freund von Niklas. Weil... Niklas hat niemals so ne tiefe Stimme. Doch, Niklas ist männlich geworden. Nein, nicht... Nein, nicht den Niklas, den du kennst, Brunner. Das ist ein richtiger... Verlagerfotz-Niklas. Hier. Hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. Ah! Hu! Nein! Nein! Ha! Ha! Oh! Nein! Ich hab mich gebraucht! Oh! Call! Hä? Wo bist du? Hä? Bum! Oh! Hat der! Was machst du da? Hä? Ich hab nichts mehr gecheckt, Bruder. Wo warst du? Gehört, hier, bau-bau-bau-bau-bau-bau-bau-bau-bau-bau. Na ja? Ey! No, du Hurensohn! Es ist doch in Ordnung. Ich bin's, Trimax. Da würd ich ja sagen, wir haben kein Dessenstück. Warte, Bruder, warte! Warte, warte, ne? Aska? Nee, ich warte nicht. Warte mal, einmal... Gut, da geht's dann. Ich komm mit. Grüße! komm mit. So. Digga. Welcher Wichser schießt mich ab? Ja, hallo! Ich bin der coole Junge. Du schild doch mal ein bisschen eurer Eier. Wir sind da, wo Kings sein sollten, alter. Nein. Kings, danke, du hast ein Kompliment gemacht, Louis. Danke. Ich weiß, was hat er nicht beabsichtigt, aber danke fürs Kompliment. Danke. Wenn bei dir nicht mehr so läuft, komm ich vorbei. Fuck. Wenn bei euch beiden nicht so läuft, Digga, dann komme. Wenn bei euch beiden nicht so läuft, Digga, schreibt mich ja nicht mehr auf Instagram-Werbung. Ich hole dich aber, wuhu. So, Digga, wie viele kills habt ihr? Was steht auf der Uhr? 14. 22. 80. Louis übertreibt nicht. Du hast 8 vielleicht. 8. 8. 15. 15. Ich hab 24 Kills. Ja. 15. 15. Schön. Ich hab gleich auch 15. Schön. Ich hab gleich auch 15. Ich hab noch einen 100er Hit. Fuck, Alter. Hm. Wo bin ich? Moin. Oh mein Gott. 15. Und 20 Kills. Ist das viel? Bam. 16 Kills. Besser als Louis. Mashallah. Du hast 1 Kill mehr als ich. Mashallah. Ich bin runtergefahren. Oh nein. Komm mal runter. Sonst hol ich euch runter. Ach nö, das hat so behindert geklappt. Alle die noch kein Schenner haben, soll ich jetzt einen runter. Okay. Wuhu. Was? Ja, meine Crackpfeife. Wo ist meine Crackpfeife? Ich brauch meine Crackpfeife jetzt. Fall überhaupt der Baum, was da? Ach stimmt, den hab ich dir ausge... Stimmt, den hab ich dir ausge... Stimmt, den hab ich dir ausge... Ich bin die Crackpfeife, oder? Bin ich irrenrufer? Der wär... Der sieht... Ja. Nein, nein! Der gibt einen für einen Hälter Schack. Ja, Mann. Das hoffst du nicht. Ja. Bist du bei. Ach, tolle war das. Boom. Haha. Uh, call. Ha! Nein! Ich hab... Ich hab... Ah, ja. Baby, komm, wir gehen. Zurück, ne? Zurück, ne? Ja, Dumme! Du brauchst dich doch mit dem Kuchen, Dumme! Piss dich doch, alter! Kein Bock auf dich, alter! Alter, kein Bock auf dich, alter! Alter, kein Bock auf dich, ja! Ey, du ist der, bei mir bist du weg! Ey, du ist der, bei mir bist du weg! Leute! Den Stream beende ich jetzt! Viel Spaß noch bei, äh, bei eurem Abend! Und dann macht's noch einmal guten Mittag, guten Mittag oder guten Abend! Bis zunächst! Zum... Ach... Egal, wir sehen uns nächste...